Los! Hallo und herzlich willkommen zu einer nächsten Ausgabe von der UFC. Wir hoffen, dass wir heute endlich gegen Dimitrios Mayer gewinnen. Der Stil ist griechisch-römisch. Und ich muss euch sagen, gegen den haben wir schon mal gekämpft. Gegen den haben wir gekämpft und auch gewonnen. Erfolgreich. Wir haben ihn damals... ...genockout-töt. Was ist das Wort? Genockout-töt. Auf jeden Fall. Ihr wisst, was ich meine. Wir müssen auf jeden Fall gewinnen. Denn wir werden hier runtergestuft. Wenn wir noch einmal verlieren. So. Ähm. Chaka. Oh. Nö, wir sind alles. Das ist ein tolles Mal. Mach weiter. Yeah. Schön. Toll, toll. Ne, ohne, ohne Richtung, Carlos. Ohne Richtung. Jetzt mit Richtung. Ne, wieso? Anstrengend. Mensch. Wollte schwer sein. Großartig. Jetzt sind wir bei sechs. Naja, gut. Schaffen wir es nicht alle. Yes. Na, das war jetzt falsch, aber egal. Wir haben acht von zehn. Super. Ich hätte es gar nicht gedacht, dass wir so weit kommen. Ne? Mit dieser Ticken. So, weiter geht's. Ähm. Vielleicht, dann können wir ja anfangen. Was müssen wir machen? Was kannst du besser? Los! Ähm. Hallo? Ich hab das jetzt leider nicht durchgelesen. Die Runde ist fast vorbei. Nur noch 30 Sekunden. Gib jetzt noch Verlade! Weiter! Ich denke schon, wir machen es richtig. Ich hab keinen blassen Schimmer. Was, sowas hätte ich jetzt durch, ähm, den Text da vorne durchlesen müssen. Oder machen müssen. 7, 6, weil ich weiß gar nicht, was wir machen sollen. Beep. Das ist Nullwertung, oder? Ja, ich hab's geahnt. Nein, ich hätte auch lesen müssen, was wir gemacht haben. Ja. Was halt auch cool wäre, wenn man beim Training Gewicht heben könnte. Ähm, warte. Gewicht heben könnte, Laufrad, Fahrrad fahren. Gut, das wird halt länger dauern, ne, mit dem Training, aber... Ähm, nein. Fuck. So. Und so. Mach weiter mit diesen Kombinationen. Perfekt! Ja. Super. Super. Ich brauch irgendwie... Nein! Ach, L1! Nö, ich sag nix. L1. Na gut, wir haben 6,10. Pink, äh, Violet. Blocken hab ich 0. Naja. Oh, naja. Könnt besser sein, auf jeden Fall. Könnt auf jeden Fall besser sein. Hier haben wir Terry Wolkow, Yoko Yana Lee, Mitchell Headfight, Goodman Ikeda, Lam Okumato, Armstrong Molina, Becker gegen Major, Kraus gegen Lola, Lewis gegen Camo, Johnson gegen Berner Wietz, und im Main Event kämpfen Weitmann gegen Lee. Yo, this is Dominic Cruz, I'm backstage here fighting, I just wanna say, good luck man. Na, das kann ich gebrauchen, den Glück. Man sagt ja immer, man braucht ein Glück, man braucht Stärke. Naja. Und ich brauch beides. Glück und Kraft. Theoretisch könnten wir die besiegen, aber irgendwie... Ich hoffe jetzt, weil beim dritten Mal... Es wär nett zu tun. Hier, wir haben ein Feuerzeug gerade in der Hand hier. Mal den Bart abfangen hier vom Major... Christopher... Äh, nicht Christopher, ähm... Ach, weiß ich jetzt nicht mehr. Wie er herrscht. Man, I'm... Yeah! 15-8... Let's go, Baker, Major, Sachs. Let's go, Baker, Major, Sachs. Las Vegas ist nirvada, kommt der hier aus der Wüste hier. Kein Wunder, dass er hier auch auf den Kopf hat. Hä? Wahre, lustige Witz. Nett. Ich... Den... So. Jo, der macht die Überstunden, der ist nur noch da. Der kommt ja genauso auf mich los, wie die anderen auch. Mach dich ab! Mach dich ab! Mach dich ab! Mach dich ab! Ach, że yhtoy co weld la Ahh... Wie kann ich dasz einfach zurück gehen? Boah, was ein Kick Nein Nein, das kann nicht warten Nein, ich drück weg Nein Mann, ey Das kann nicht wahr sein, ey Oh mein, Schisskino Kann nicht wahr sein hier Nein Ach, Mist, Verfluchte Ach, Mist Schon drei Los ist in Folge, ey Dann sag ich mal Tschüss, bis dann Und bis zum nächsten Mal Euer Carlos Das war jetzt ein bisschen schneller Aber Naja, ciao